Rückt die Idee, Fahrradtausch. Hier klappert ja auch alles anders als bei mir. Der grüne Trail am Flohtrail Moosbach ist knapp 2,7 Kilometer lang und teilt sich in zwei Abschnitte auf. Eignet sich gut für Anfänger. Es gibt keine unüberrollbaren Hindernisse. Zwar sind ein paar Passagen wo man treten muss dabei, weil das Gefälle nicht ausreicht, wenn man etwas langsam unterwegs ist. Eine gewisse Grundkondition sollte deswegen vorhanden sein. Nicht so wie bei mir, deswegen fahre ich ja auch E-Bike. Normal fahre ich das E-Bike vor mir, aber jetzt halte ich die Klappe und du kannst dir den Trail in voller Länge anschauen. Viel Spaß! Daseh 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 Oh 5 Sekunden sollten reichen. Ah, pump drag! ohne italien so Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.